Oh Freunde, was geht ab? Heute muss ich was richtig doofes machen, darauf habe ich gar keine Lust. Und zwar muss ich hier ganz viel Sand auffüllen, Leute. Weil irgendjemand hat das kaputt gemacht. Und ich muss das hier alles, alles wieder auffüllen, Leute. Mann, das stört mich immer. Immer muss ich sowas machen. Ich meine, die Stadt gehört ja auch mir, aber egal. Die blöden Männer machen hier immer was kaputt und dann muss ich das hier auffüllen. Wer kommt denn? Lumi? Was machst du denn da? Ja, was machst du denn hier? Junge, ihr habt hier wieder irgendwas kaputt gemacht und ich muss das wieder hier reparieren. Äh, no, wie doof. Wenn du willst, kann ich dir dabei helfen. Ja, bitte, Lumi. Das wäre richtig, richtig nett und voll cool von dir. Schaut mal, wie schnell Lumi das macht, Leute. Richtig, richtig cool, dass er mir hilft. Sonst, Lumi, ist alles gut bei dir? Äh, bei mir ist alles gut. Bei dir? Ja, alles, alles wie immer, weißt du ja. Ähm, wie geht's denn Jimmy eigentlich? Äh, ja, also Jimmy, weiß ich nicht. Der hat ein bisschen Blödsinn gemacht da vorne. Hä? Blödsinn? Ich weiß nicht. Ich hab ihn nur ein bisschen aus dem, aus, aus dem Augenwinkel gesehen. Und dann war er auch schon wieder weg. Hä? Hä? Lass mal gucken, nicht, dass der irgendwas Blödes vorhat, Lumi. Du weißt, der ist noch klein. Ja, du hast recht. Lass uns mal lieber nachschauen. Leute, wir müssen schnell nach Jimmy schauen. Nicht, dass er irgendeinen Blödsinn macht, weil der ist viel jünger als wir, Leute. Oh, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Hä? Rar, 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 ich bin ein Monster. Rar, 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 die werden noch alle sehen in der Sohle. Das nächste Mal, wenn ich da hingehe, werde ich der Größte sein. Haha. Hä? Hast du das gehört, Lumi? Er meint irgendwas von der Größte sein. Hä? Alle werden Angst haben, hä? Hä? Wo läuft der denn hin? Lumi, komm schnell, wir müssen den beobachten. Hol dein Auto, komm schon. Ja, okay. Leute, Jimmy ist schon fast weg, komm schon, Lumi. Oh, ich bin doch schon auf dem Weg. Oh, hol mich ab, hol mich ab. Okay, die fahr vorsichtig, der darf uns nicht sehen. Oh, was hat der Kleine denn schon wieder vor? Ich weiß es doch auch nicht. Rar, 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 rar. Ihr werdet niemals so krass sein wie ich. Vorsicht, Vorsicht, Lumi, Vorsicht. Wie krass sein wie ich. Und rar, rar, will dein kleiner Bruder mit einem Monster werden oder so? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn verloren gestern. Oh, da ist er, da ist er. Steck ab, steck ab, steck ab. Und rein da. Komm, komm, komm. Pssst. Das gleiche. Es wird auch schon dunkel, Lumi. Rar, rar. Bald werde ich genauso stark sein wie dieser eine Drache da. Oder was, weiß ich, was das war. Tumi. Was hat der vor? Komm schon, lass uns nachgucken. Komm schon. Oh, ich habe meinen Bogen auch dabei. Langsam, langsam, Lumi. Jetzt muss ich nur noch hier reingehen. Oh, was macht er? Komm, 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 komm. Versteck mich. Ja. Oh, wie war das nochmal? Braxy hat mir alles gezeigt, wie das geht mit dem Experiment. Hä? Experiment. Experiment. Was für ein Experiment, Lumi. Ich weiß es nicht. Komm, komm, ein bisschen vor. Er hat die Kürzungen gemacht. Er hat die Kürzungen gemacht. Komm, 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 komm. Was hat der vor, Leute? Wie war das nochmal? Hier das Rücken, da oben und dann dreimal im Kreis drehen. 1, 2, und jetzt die dritte Umdrehung. Hä? Lumi, was hat dein kleiner Bruder vor? Ich weiß es nicht. Und warum hat der so ein Labor, Lumi? Es macht mir richtig Angst gerade. Oh, mir auch. Komm, wir holen ihn da raus. Jimmy? Jimmy? Lumi? Jimmy ist nicht da. Oh nein. Was? Warte mal. Warte mal. Hörst du das? Irgendwas tut hier. Was passiert hier? Oh mein Gott. Lumi, was ist... Lumi, was ist aus Jimmy geworden? Renn, renn, Lumi. Renn. Oh, aus. Leute. Ich mach ruhig fertig. Nein. Komm schon, komm schon. Steig ein, steig ein, steig ein. Angriff, Lumi. Angriff. Ich kann nicht auf ihn schießen. Oh, Lumi, dein Bruder ist King Kong geworden. Oh nein. Sei mal rein, riesengroßer Apfel. Oh nein. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen uns verstecken, Lumi. Oh, komm schon. Komm schon. Wir legen uns einfach hier hin. Ganz wach auf den Boden. Seid ganz leise, okay? Seid ganz, ganz leise. Blöder Spillie. Ständig macht ihr mich fertig. Jetzt war's das. Wo seid ihr? Oh, Lumi, ich hab Angst. Versteck dich. Ich hab auch Angst. Ich find euch. Oh, oh, Leute. Was will der? Ist der hier? Lumi. Lumi, wo seid ihr? Der ist hier, der ist hier, Lumi. Oh nein, oh nein. Was ist da drin? Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht verlegen. Ich kann da reinkommen. Der kommt rein, der kommt rein. Versteck dich hier in der Ecke. Komm schon, komm schon. Ah, das fühlt sich so gut an, so groß zu sein. Ah, na, wo seid ihr? Seid ihr da unten? Ah, ich mach euch fertig, ey. Lumi, der ist raus. Lumi, der ist raus. Psch, sei ruhig, sei ruhig. Ah, ich weiß, ihr seid da. Lumi. Wo seid ihr? Nicht schreien, du doof Kopf. Hä? 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 Wo war er? Wo war er da? Lumi, komm, Lumi, komm, Lumi, komm. Komm zu mir, schnell, Lumi. Bleib stehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, Leute. Komm rein, hier kann er uns nichts tun. Geh weg, du Blödmann. Was hast du mit unserem Freund gemacht? Da ist Licht. Ich will kein Licht. Das ist so grell. Ich will, ich will euch essen. Lumi. Lumi. Lichtflinklicht. Aua. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Der ist lichtflinklich. Taschenlampe, komm schon. Pack deine Lampe. Ich komme jetzt hoch. Komm schon. Taschenlampe, Taschenlampe. Ich finde hier eine in meiner Tasche. Oh nein. Ah, ich komme gleich rein. Strahle ihn, Strahle ihn. Komm schon. Weg mit dir. Ah, au. Au, au, au. Sehr gut, Lumi. Er rennt weg. Wir haben es geschafft. Oh, Lumi, du hast es geschafft. Er ist weggerannt. Aua. Nicht auf mich Licht machen. Tut mir leid. Oh. Nimm du besser auch eine. Ja, ähm, Lumi, wir müssen aber jetzt schlafen, weil, weil bei Tag kommt er nicht. Und, und wir müssen morgen, wir müssen morgen die ganze Stadt sicher machen, dass der unsere Stadt nicht kaputt macht. Und wir brauchen, wir brauchen, ich meine sein Labor, Lumi, wir brauchen das Heilmittel. Er kann doch nicht King Kong bleiben. Oder, Leute? Nein, darf er nicht. Dann komm schon, lass uns schlafen, Lumi, aber nicht pupsen, okay? Nein, ich pups nicht. Boah, Lumi, ist, 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 ist das Monster endlich weg? Oh, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Oh, schau überall, schau überall. Aber ich glaube, Jimmy ist weg, Leute. Oh, Jimmy ist einfach King Kong geworden. Lumi, wir müssen doch irgendwas tun. Wie, wie, wie kriegen wir Jimmy wieder als Jimmy? Lumi, zu mir, zu, zu, zu mir nach Hause. Ich hab was in meinem Keller für solche Fälle, komm schon. Ah, los, 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 was, was hast du, was hast du denn daheim? Oh, ich zeig dir das. Ja? So, einmal hier nach unten, ne? Oh. Komm mal da in die Kiste rein. Wow, Leute, Lumi hat richtig viele Sachen, womit wir die Stadt wieder sicher machen können. Oh, Lumi, komm schon, nimm dir ein paar Sachen raus. Ein paar Sachen raus, so ein Laser, dann so Spikes, Leute, den elektrischen Zaun. So, los, Lumi, komm schon. Ab nach oben. Wir müssen alles sicher machen, okay? Oh, komm schon. Du machst schnell dein Haus sicher, ich mach schnell mein Haus sicher und dann gucken wir nach den anderen Häusern. Los geht's. Oh, Leute, wir müssen auf jeden Fall hier alles zumachen, Leute. Und zwar haben wir hier so Barrikaden, mit denen können wir die ganzen Fenster zumachen. Und so. Und dann kann der nicht mehr an die Fenster, Leute. Kommt schon, wir müssen das überall hinmachen. Oh, und hier oben nochmal eins hin. Seite, das geht leider nicht, aber da kommt der eh nicht rein. Oh, Leute, ich hab richtig Angst vor King Kong. Oh, kennt ihr King Kong, Leute? Oh, der ist richtig gefährlich. Und dann würde ich mal sagen, Leute, machen wir einen elektrischen Zaun um mein Haus, damit der gar nicht erst zu meinem Haus kommen kann, Leute. Oh, kommt schon. Weil wir dürfen auch nicht alle Sachen für unsere Häuser benutzen, weil wir müssen ja die ganze Stadt hier ganz, ganz, ganz sicher machen, Leute. Kommt schon. So, und dann machen wir für den Eingang, dass der hier nicht reinkommen kann, der Blödmann, ähm, so spitze Pfeil fallen. Aua, Leute, ich hab's gesehen, das tut voll weh. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mach noch bei, bei Schleimi hier die Haustür zu, Leute, dass da wirklich keiner hin kann, weil Schleimi ist ja im Urlaub, Leute, ihr wisst ja. Und dann hier noch die Fenster mit diesen Barrikaden. Dann kommt der auch nicht rein, Leute. Und hier oben, Lumi, wie weit bist du schon? Boah, du hast ja schon einen Laser. Boah, das sieht richtig, richtig cool aus, Lumi. Oh, du musst mir auf jeden Fall bei meinem Haus auch helfen. Ja, wenn ich mit meinem fertig bin, mach ich das. Okay, so, dann haben wir hier noch einen Laser, den können wir, ähm, den können wir erstmal hierhin platzieren, Leute. Ähm, so, zack, dann kann er nicht durch diese Wand und, und Lumi hat noch mehr Laser und das muss der dann nachher fertig machen, Leute. Und, was mir noch ganz, ganz sicher ist, dass wir hier Praxys Haus auch sicher machen müssen, Leute, machen wir hier den elektrischen Zaun hin. Oh, das war falsch. So, den elektrischen Zaun, zack, machen wir hier hoch. Da kommt er hier nicht rein. Hier machen wir eine Barrikade, Leute. Da kann der gar nicht mehr in den Pool von Braxie gehen. Haha, so ein Doofkopf. Natürlich brauchen wir noch hier dieser, diese Teile hier für die Fenster. Ganz, ganz wichtig, Leute. Dann haben wir Praxys Haus auch ein bisschen schon sicherer gemacht. Und, ich würde mal sagen, diese Wand von Braxie machen wir komplett mit diesen Pfeilen hin, Leute, damit der, damit der fette Gorilla sich wehtut. Und, aber irgendwie, Leute, der fette Gorilla ist ja Lomis Bruder. Irgendwie müssen wir den auch retten, Lomi. Wir kriegen das schon hin. Macht dir keine Gedanken. Okay. Ich würde mal sagen, Leute, wir machen, wir machen jetzt erstmal alles sicher. Okay, Lomi? Ja, natürlich. Okay, los geht's. So, Leute, wir haben jetzt die ganze Stadt richtig, richtig sicher gemacht. Schaut mal, alle Häuser sind richtig, richtig sicher. Ja, und Lomi hat sogar wieder richtig übertrieben. Ich weiß... Mann, Lomi, wie soll man denn da wieder rauskommen, du Doofkopf? Ja, gar nicht. Darum geht's doch. Das Haus muss so sicher wie möglich sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Mann, Lomi, wir müssen doch das Heilmittel finden, du Doofkopf. Und warte mal. Wir haben jetzt so lange gebaut. Es ist wieder dunkel. Das ist nicht gut. Oh, oh. Lomi, nimm, 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 nimm deine, nimm deine Taschenlampe in die Hand. Komm schon, nicht, dass der irgendwann kommt. Aber der hat eh keine... Da ist der Lomi! Da ist King Kong! Nein! Was ist das? Bleib stehen! Lass mich in Ruhe, Leute. Ich will einfach reden. Warte, 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 der will reden. Der will reden, warte. Was willst du, Jimmy? Und warum bist du zu King Kong geworden, du Doofkopf? Genau. Das hat wehgetan. Ich bin King Kong, weil King Kong stark ist. So wie ich. Aber warum willst du unsere Stadt zerstören? Weil ihr gemein seid. Ihr seid immer gegen mich und weil ich so klein bin. Das stimmt doch gar nicht. Wer will ich Blatt machen? Oh! Renn weg, du Blödmann! Das wirst du nicht schaffen. Ich werde deine Base gleich kaputt machen, Lumi. Lumi, 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 komm schnell. Komm schnell. Er hat da eh keine Chance, in deine Base alles kaputt zu machen. Und wo hast du auf einmal das Hauerbord? Tu das weg, du Doofkopf. Hol das Auto. Hol das Auto. Du hast recht. Wir müssen wieder ins Labor. Er kommt, er kommt schnell, Lumi. Ja. Oh, er hat keine Chance, Leute. Unsere Bases sind richtig sicher. Oh, Leute, kommt schon. Er hat keine Chance, Leute. Schaut mal. Au, 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 au. Er ist in der Lava, der Doofkopf. Lumi, komm schon. Komm schon, Lumi. Ich mach doch schon. Lass ihn. Oh, ich steig ein. Komm schon, fahr ins Labor. Vielleicht finden wir da hinweise, wie wir Jimmy wieder zurück verwandeln können, Leute. Ja, vielleicht. Oh, gib Gas, gib Gas. Der versucht da immer noch alles zu zerstören. Komm schon, komm schon. Lumi, komm schon, komm schon. Vielleicht finden wir da was. Komm schon. Wir müssen nur ordentlich nachschauen. Hä? Was ist denn hier passiert? Warum ist hier alles kaputt? Und hier liegt ein Buch, Lumi. Guck mal. Lies das mal. Oh, ich weiß nicht, Lumi. Vielleicht stehen da seine Experimente drin. Ja, wäre doch gut. Also, guck rein, Gefälligst. Mach schon. Aua. Ja, okay. Wenn mein Experiment schief gehen sollte, helft mir bitte. Das Heilmittel ist auf einer Insel versteckt. Aber achtet auf die Meerjungfrauen. Jimmy. Hä? Was für eine Meerjungfrauen? Was für eine Insel? Oh nein. Oh nein. Lumi, wo sollen wir das denn finden? Na, wie er meint, auf irgendeiner Insel. Die Frage ist nur auf welcher. Das hört sich an, als müssen wir aufs Meer hinaus. Ich glaube auch, Lumi, wo irgendwo Meerjungfrauen sind, meinte der. Oh, komm schon. Hast du Boote? Komm schon. Lass uns direkt raus. Ja, unbedingt dahin fahren. Komm schon. Und dann mit dem Boot weiter. Mach schon. Los geht. Mach schon, mach schon, mach schon. Fahr zu unserem Strand. Da ist er ja. Da ist der King Kong. Okay, okay, okay. Vorsicht. Lass uns hier losfahren, Lumi. Komm schon. Nein, Leute. Oh, irgendwie ist das Experiment von Jimmy schief gegangen. Und wir brauchen das Heilmittel unbedingt. Und ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr ein Abo dalässt. Oh, Lumi hat uns zwei Boote organisiert. Komm schon, Lumi. Gib Gas. Oh, Mann, du Doofkopf. Los geht's. Und los geht's. Denkst du, das ist direkt hier diese Insel? Ja, wir finden die schon. Wow, Bootfahren macht richtig viel Spaß. Ich liebe es, Bootfahren. Oder vielleicht die Insel. Nee, ich sehe hier nichts. Und da sind auch keine mehr jungen Frauen, Lumi. Könnte die denn sein, die Insel? Aber ich habe irgendwie gerade viel zu viel Spaß. Wow. Leute, seid ihr auch schon mal Boot gefahren? Schaut mal, wie cool Boot ich fahren kann. Wow. Oh. Warte mal, hier ist doch eine Insel. Lass mal hier stoppen, Lumi. Okay. Komm schon. Guck mal, hier ist der Baum auch so ein bisschen kaputt. Denkst du, denkst du, Jimmy war hier und ist hier draufgeklettert? Guck mal, der Sand hier ist ganz komisch, Odi. Hä? Was ist das denn für ein Sand? Vielleicht muss... Ah! Lumi! Oh, das ist Treibsand! Nein, 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 nein. Ich habe es rausgeschafft. Oh, komm schon. Vorsicht, Lumi, Mann. Du musst aufpassen, wo du hintrittst. Aber... Ja. Wo sind denn Meerjungfrauen? Oh, Lumi, es ist schon Nacht. Siehst du schon irgendein... Warum ist hier eine Bärenfalle? Ich weiß nicht, vielleicht willst du da ja reingehen. Nein, sicher nicht, Lumi, aber... Mann, du bist so doof! Mann, weg damit! Cut. Wir sollten uns jetzt lieber auf die Suche nach Meerjungfrauen machen. Du hast recht, Lumi, wir müssen doch... Wir müssen doch Jimmy heilen. Mann, wo könnten die denn sein, die blöden... Lumi? Siehst du die da hinten? Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, da sind Meerjungfrauen, da ist das Heilmittel. Komm, steig ein. Los, Lumi. Wir müssen... Wir müssen gucken. Lumi, komm schon. Komm, wir müssen da hin. Hallo, liebe Meerjungfrauen. Hallo? Die singen, Lumi. Warum singen die? Lumi, Vorsicht. Nicht, dass sie sich angreifen oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Wow, Lumi, die greifen nicht an. Oh. Oh, Lumi, renn. Lumi, in dein Boot. Oh, nein, Leute, ich muss Lumi retten. Oh, nein, Leute. Die Meerjungfrauen haben Lumi gefunden. Oh, nein, Leute, was mache ich denn jetzt? Die Meerjungfrauen haben Lumi gegessen. Und ich glaube, haben es gefunden, Leute. Heiltrank. Das ist er doch. Oh, nein, Leute. Wir müssen da jetzt so schnell wie möglich raus, ohne dass die mich jetzt irgendwie sehen oder angreifen. Wir müssen schnell auf mein Boot. Und da müssen wir Jimmy retten, Leute. Lumi müssen wir auch irgendwie retten. Aber das passiert nur, wenn ihr einen Like da lasst, Leute. Kommt schon. Lasst einen Like da. Dann müsste Lumi wieder auf der Insel sein. Kommt schon. Kommt schon, Leute. Ich muss los. Ich muss los. Kommt schon. Wir müssen uns beeilen. Nicht, dass die mich auch angreifen, Leute. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wir haben es geschafft, Leute. Kommt schon. Wir müssen einfach abhauen. Lumi ist nicht auf dieser Insel. Oh, vielleicht ist er zu Hause, Leute. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wo war unsere Insel, Leute? Vielleicht hier hinten? Oh, nee. Sag mir jetzt nicht, dass ich mich verfahren habe. Ah, doch. Hier ist das Auto. Und? Und? Oh, nein. Oh, nein, Leute. Was hat... Was hat Kinker... Da ist Lumi. Oh, nein. Das sind ganz viele Monster. Lumi. Geh weg, Jimmy. Meine Armee will dich fertig machen. Lumi, komm zu mir. Lumi, komm zu mir. Schnell, schnell, schnell. Oh, nein. Oh, nein. Ich geh in meins. Wir müssen ihn... Ich komm zu dir. Wir müssen ihn angreifen. Komm schon, Lumi. Komm schon. Lumi, komm schon. Komm auf mein Dach. Komm schon. Wir müssen hier auf ihn schießen. Oh, Mann. Die Treppe funktioniert. Komm, baue jetzt die Treppe kurz. Schnell, Lumi. Komm schon. Wir müssen... Ja. Jetzt komm ich nicht mehr hoch, du Dussel. Komm schon. Jetzt. Wo seid ihr? Jimmy. Wir machen dich... Mach keinen Blödsinn, Jimmy. Niemals. Ich will dich fertig machen. Au. Was ist das? Mit dir? Au. Das tut sich. Das tut du aufkopf. Warte, Lumi. Wir dürfen ihn nicht umbringen. Warte, Lumi. Lumi, warte. Okay. Aha. Ihr seid sowas von fertig, Mann. Mann, du hast ja eine Monsterarmee mitgebracht, Jimmy. Aha. Das sind meine Monster. Au. Ihr habt überall Fallenring gemacht. Haha, du Doofkopf. Ihr werdet sehen. Au. Au. Ich fühle mich nicht gut. Warte. Jimmy. Ich habe das Heilmittel. Komm schon. Ich will wieder der Alte sein. Aha. Wir schaffen das. Odi, komm runter, bitte. Lumi, Lumi, warte mal. Nimm mal den Heiltrank. Dann tue ich einen Pfeil da reinstecken. Und dann ist er mit dem Heiltrank. Komm schon, du drauf. Und. Gut. Davon ein bisschen so. Sehr gut. Ach so. Gib mir den Pfeil wieder. Gib mir den Pfeil wieder. Ja. Jetzt gleich um. Und. Leute, der letzte Schlag. Dann sollte Jimmy wieder Jimmy sein. Oh. 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 Wow. Lumi, wir haben es geschafft. Ja. Mir geht es schon viel besser, Leute. Mann. Jimmy, du musst versprechen, sowas nie wieder zu tun. Na gut. Ich verspreche es. Oh Mann, Lumi. Ja, das ist wichtig. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ja. Du musst besser auf ihn aufpassen, Lumi. Aber egal. Wir müssen die Stadt wieder aufräumen. Und das nur wegen dir, Jimmy. Du räumst die ganze Stadt auf. Ach Mann. Na gut. Gut. Okay. Dann. Dann. Wir haben es geschafft, Lumi. Richtig, richtig cool. Aber Leute. Lasst schnell ein Like und ein Abo da. Ähm. Ähm. Falls wir Jimmy natürlich helfen sollen mit der Stadt. Und. Und checkt auf jeden Fall auch mal meine Freunde ab, Freunde. Und das war es mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und. Und schaut alle unsere Videos an. Kommt schon, Leute. Drückt da drauf. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.